Schönen guten Nachmittag. Wir treffen uns heute zu unserer ersten Stunde in TPE, also das ist ein Fach der Fachrichtung Informatik, Schwerpunkt Informatik, und das haben wir ab der dritten Klasse. Hier haben wir Technologie und Planung von informatischen Systemen und von Telekommunikationssystemen. Das ist ein sehr langer Name, also meistens sagen wir einfach TPE dazu. Wir haben heuer drei Stunden, nächstes Jahr drei Stunden und in der fünften Klasse haben wir vier Stunden. Heuer haben wir die FB-Stunde dazu bekommen und auch in der fünften Klasse kommt die FB-Stunde noch zu TPE dazu. Wo finden wir etwas zu TPE? Es gibt auf unserer Seite unter Info den Drei-Jahres-Plan und im Drei-Jahres-Plan, dort finden wir dann die verschiedenen Abschnitte und ein Abschnitt, das sind die Fachcurricula, also hier steht alles drinnen zu allen Fächern der Schule, was eben zusammengetragen wurde. Woher kam das? Das hat nicht unsere Schule erfunden, das haben auch nicht die Schweizer erfunden. Das ist ein Fach, das wurde mit der Oberschulreform vor zehn Jahren eingeführt, also das Triennium wurde dann im Beschluss der Landesregierung 2012 definiert. Das ist der berühmte Beschluss 533 von 2012. Hier sind die Rahmenrichtlinien für die Oberschulen im technischen und im wirtschaftlichen Bereich dann alle definiert. Also hier kann man nachlesen, was wir sind und was unsere Fächer sind und was auch TPE ist. Und was machen wir jetzt? Was ist denn das Ziel von TPE? Also in TPE, dort ist das Wort Technologie drinnen. Also Technologie haben wir schon gemacht in Biennium. Also in Biennium ist Technologie sehr metalllastig. Das hängt mit unserer Schulgeschichte zusammen. Und eben unsere technische Oberschule, die technologische Fachoberschule oder früher Gewerbeoberschule hat ihre Wurzeln nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Schulen eben auch in Maschinenbau. Und somit ist die Technologie, die wir in den ersten beiden Jahren machen, sehr stark in diese Richtung ausgerichtet. Ab heuer werden wir informatische Technologie machen und dort haben wir eben verschiedene Dinge, die wir machen. Also hier der Bereich, was wir gerade gesehen haben und dann, was machen wir nach diesen ersten beiden Jahren Technologie heuer. Also in der dritten, vierten Klasse ist so definiert, dass man zuerst mal ein paar Grundlagen macht. Was ist eine Technologie der Information, der Daten, der Formate, der Codes, der Darstellung von all dem? Also das ist etwas, was wir jetzt am Anfang machen werden. Und nachdem wir das dann gemacht haben, kommen dann eben die eigentlichen grossen Blöcke. Und wir haben zwei grosse Bereiche in der dritten und vierten Klasse. Beginnen, ja beginnen tun wir eigentlich mit einem Bereich, den wir dann in der vierten vor allem machen werden, aber auch in der fünften, und zwar den Bereich der Softwareentwicklung oder das Softwareengineering. Das werden wir heuer einführen, aber das wird euch vor allem dann nächstes Jahr beschäftigen. Und der grosse Bereich der dritten Klasse ist der Bereich der Betriebssysteme. Betriebssysteme haben wir auf unserem PC, haben wir auf unserem Telefon heute, Betriebssysteme haben wir auf dem Server, Betriebssysteme haben wir heute im Auto und und und. Also Betriebssysteme haben wir in vielen Orten und mit Betriebssystemen werden wir uns etwas befassen. Und zwar zuerst mal grundlegend, ja was solche Betriebssysteme sind, was ihre, ja die Definition, die Aufgaben, die Architektur, die Module, die sich daraus ergeben. Also das sind alles Dinge, die wir heuer betrachten werden. Wir werden uns also weniger damit beschäftigen, wie man mit der Maus einen File Manager bedient, oder mit dem Finger dann, also ein Touch eines Tablets oder so, also das interessiert uns weniger, das können wir ja, aber eben zuerst mal die Theorie, was hier alles dahinter ist, und dann zwei Aspekte, die sich da rund um die Betriebssysteme auftun und die wir als Informatiker eben benutzen können. Der eine Aspekt ist die Automatisierung von Abläufen, gell, oder auch die Unterstützung von bestimmten Softwares oder so, gell, und das macht man dann mit so Scripts, gell, also rund um Microsoft hat es dann auch so den Begriff der Batch-Datei gegeben, gell, also das sind dann Elemente, wo wir das Betriebssystem als Programmiersprache, gell, oder eben Instrumente, die mit dem Betriebssystem geliefert wurden, wie die Shell, gell, das als Programmiersprache benutzen werden, gell, gell, also etwas, was also der Anwender eher selten macht, gell, was also eben dann ein Informatiker öfter macht, gell, dann. Und schlussendlich etwas, ein Betriebssystem hat Schnittstellen, Schnittstellen, die nicht für den Anwender gedacht sind, sondern für den Entwickler. Und wir werden schauen, wie man solche Schnittstellen zum Betriebssystem benutzen kann, gell, also wie kann ein Entwickler Bordmittel, Bibliotheken des Betriebssystems in seinem Programm verwenden, gell, also das ist auch ein Ziel, das wir heuer, gegen Ende des Jahres eben noch verfolgen werden, gell, also das, rund um Betriebssysteme, das wird eben der große Bereich sein, der uns heuer über das Jahr hinweg viele Monate begleiten wird, gell, und der andere große Bereich, das ist das mit Softwareentwicklungsmodellen, gell, und ja, da geht es eigentlich darum, ja, wer ist der Softwarearchitekt, gell, wer geht denn die Software beschreiben, gell, was sie tut und wie sie da das lösen soll mit den Algorithmen und so, gell, das ist dann eigentlich noch nicht die Programmierung, sondern alles das, was vorausläuft, gell, also die Analyse und die Planung, wenn wir so wollen, gell, also das ist dann, wenn der Programmierer, der Bauer ist, der also das Haus baut, gell, dann ist der Programmierer der, der die Software programmiert, gell, aber der Architekt ist der, der die Entwürfe macht, gell, und ja, warum brauchen wir überhaupt einen Architekt, gell, also ja, den Architekt der Software brauchen wir, gell, weil es mit dem Maurer alleine nicht funktioniert hat, gell, also solange das eine kleine Sache war, gell, also wenn der Maurer einen Hühnerstall aufstellt, gell, dann muss er auch nicht den Architekten da fragen, wie das geht, gell, weil der macht ein paar Mauern, ein Dach drauf und das war's dann, gell, gell, okay, wenn das Ganze aber dann ein bisschen komplexer wird, dann braucht man einen Architekten, gell, und, ja, also eine kleine Episode vor vielen, vielen Jahren, da waren wir mal mit einer Klasse in Wien, gell, und in Wien, da haben wir den Stephansdom angeschaut und da hat uns dann eben die Führung da erzählt, gell, also das war früher keine grosse Wissenschaft, so beim Kirchenbauden und bei diesem Dombauden, gell, gell, ja, das ein und das andere Mal ist dann halt die Decke runtergekommen, gell, okay, und, ja, und wenn es nicht gleich funktioniert hat, dann hat es halt schon nachher nochmal, ja, hat man es nochmal gemacht und dann wird es schon mal funktioniert haben, gell, und so hat man auch Software entwickelt, gell, also Software in der Nachkriegszeit, gell, so 40, 50er Jahre, 60er Jahre, gell, die war so ein bisschen hemdärmelig, gell, also ist man hergegangen und hat programmiert, gell, also erst, ja, erst so nach 20 Jahren programmieren, gell, ist man dann so draufgekommen, naja, das mit dem Programmieren alleine, das ist ein Problem, gell, also das mit dem Programmieren alleine, das führt nicht immer zum Erfolg, gell, oder es wird schwierig, gell, und es kommt vielleicht was raus, was man nicht wollte, oder man wird nicht fertig, oder man scheitert dran, oder es wird zu teuer, gell, also da so lauter Dinge, gell, die man eigentlich nicht will, gell, und dann hat man damit begonnen, auch diese Softwarearchitektur, die Softwareentwicklungsinstrumente zu, ja, zu erzeugen, sich auszudenken, gell, man spricht dann auch von Softwareengineering, gell, also alles Begriffe, die nichts mit dem Programmieren zu tun haben, sondern mit der Organisation dieses Prozesses, eben dieser Softwareentwicklung, gell, und das werden wir heuer definieren, gell, und, ja, da gibt es eben berühmte Beispiele, wo das eben mit der Software nicht so ganz funktioniert hat, gell, in der Geschichte, und das Beispiel schlechthin, das ist der erste Start der Ariane 5, gell, als Ariane 5, das ist dann eine, ja, eine Trägerrakete, gell, der ja europäischen Raumfahrt, und nach vielen Jahren mit der Ariane 4 hat man beschlossen, gell, also man will die Ariane 5 entwickeln, gell, nicht weil die Ariane 4 schlecht war, gell, ganz im Gegenteil, das war ein tolles Projekt, aber die, ja, man wollte eine grössere, eine, ja, die mehr Satelliten transportieren kann, gell, also da hat man nicht Astronauten hinaufgeschickt, gell, sondern so Material, das dann oben herumfliegt, gell, also so wie, so wie der Schulsatellit oder so, gell, also, okay, also, ja, und da wollte man eben eine grössere Trägerrakete bauen, und nach der Ariane 4 war eben die Ariane 5 die weitere Entwicklung, gell, und, ja, da hat man die grösser gebaut, und grösser braucht sie ein stärkeres Triebwerk, gell, und, ja, das hat man alles schön entwickelt, und dann hat man gesagt, naja, never change a running system, gell, also, die funktionierenden Teile der Ariane 4 wollte man unbedingt hinüberretten in das neue Projekt, und, ja, der Teil der Ariane 4, der ohne Probleme funktioniert hat, war die Software, gell, also hat man die Software der Ariane 4 einfach auf der Ariane 5 installiert, hat gesagt, ja, passt, gell, mehr testen als die ganzen Ariane 4 Flüge, gell, mehr Tests kann man sich eigentlich nicht vorstellen, also startet man die Ariane 5 mit der Software der Ariane 4, gell, ja, also hat man es gemacht, gell, und dann hat man sie gestartet, gell, und, ja, da, wenn man da so ein bisschen schaut, Ariane 5 Flüge, gell, dann findet man den Flug, und wenn wir jetzt mal kurz schauen, gell, also jetzt startet das Ganze, gell, und auf geht's, gell, und los geht's, gell, mhm, okay, und hinauf, 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 Applaus, Applaus, gell, und, ups, so, jetzt ist es passiert, gell, gell, mhm, ja, also, großes Erstaunen, gell, was ist denn passiert, was ist denn mit Ariane 5 passiert? Die Ariane 5, ähm, naja, ist gestartet, korrekt, gell, und hat beschleunigt, gell, und, ja, ist schneller geworden, gell, gell, und dann ist etwas passiert, woran niemand gedacht hat, gell, und zwar die Software mit Ariane 4 hat die, die Geschwindigkeit, die Darstellung der Geschwindigkeit schön vor sich gehabt, gell, und es hat gepasst, gell, und mit Ariane 5 dachte, was macht man genau so, gell, mit dem Problem, die Geschwindigkeit war höher, gell, also das Ganze, er hat da, von der, ja, Bewegungslehre her, gell, also erste Klasse, gell, also Bewegungs-, Drackster, Dracksterbeschleunigung und so, gell, okay, jetzt hat man einen grösseren Drackster, gell, der mehr beschleunigt, gell, höhere Geschwindigkeiten erreicht, und jetzt ist passiert, die Darstellung der Geschwindigkeit ist mit der grösseren Trägerrakete grösser geworden, gell, so, grösser, so, und jetzt, jetzt haben wir ein Problem, und das Problem beginnt, oder ist eben die Darstellung der Zahlen, gell, also im Computer, im Rechner, im Mikroprozessor, haben wir nicht eine Zahl gerade, so wie das in der Theorie ist, in der Mathematik hat man die reellen Zahlen, und da geht es immer weiter und weiter, und da kann man ja weitergehen, gell, gell, also dort hat man die Unendlichkeit, gell, gell, also die Mathematiker, die beherrschen die Unendlichkeit, gell, also, ja, gell, die Physiker auch, gell, die beherrschen die Unendlichkeit auch, gell, aber die Informatiker nicht, gell, die Computer, die haben einen bestimmten Zahlenbereich, und wenn man dort weitergeht, dann erreicht man irgendwann in der Darstellung die letzte Zahl, und wenn man die letzte Zahl erreicht hat, gell, und man geht dann eins weiter, ja, jetzt hängt es davon ab, welche Zahl der Darstellung man hat, gell, also es gibt da diese Darstellung mit den, mit ganzen Zahlen, oder natürlichen Zahlen, wenn man dort beim letzten ist, dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus, gell, gell, so, das ist jetzt so grob gesagt passiert bei der Ariane 5, gell, also, die Ariane 5 hat beschleunigt, beschleunigt ist beschleunigt, und irgendwann mal ist man über diesen Bereich, über diesen Bereich der gültigen Zahlen hinausgekommen, hat einen sogenannten Überlauf erzeugt, gell, und, ja, ist aus der anderen Seite wieder zurückgekommen, und das ist ein Problem, weil die Ariane 5 hat in ihrer Software eine Kontrolle, und diese Kontrolle besagt, naja, wenn es abwärts geht, das ist gefährlich, könnte einer drunter sein, gell, und das ist passiert, gell, also es ist aufwärts gegangen, man hat den Überlauf, es ist etwas rausgekommen, wo die Ariane 5, also die Software, festgestellt hat, naja, es geht abwärts, in Wirklichkeit ist nicht abwärts gegangen, es ist schon aufwärts gegangen, nur die Darstellung war falsch, gell, nur die Darstellung, gell, und in dem Moment hat die Software eine Entscheidung getroffen, gell, und zwar, die Entscheidung war, naja, wenn es abwärts geht, dann muss sich die Ariane 5 selbst zerstören, gell, also, naja, es wurde die Selbstzerstörung ausgelöst, gell, naja, die Ariane 5 ist geflogen, 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 gell, und irgendwann mal ist rausgekommen, es geht abwärts, war falsch, gell, es ist nicht abwärts gegangen, aber die Software hat es gedacht, als hat es bumm gemacht, ja, Softwarefehler, gell, ein sehr teurer Softwarefehler, gell, okay, also ein berühmter Softwarefehler, gell, das ist eben die Steuerung der Ariane 5, gell, oder was anderes, 2014 hat man bei diesem Galileo-Projekt, gell, der europäischen Navigation, gell, also das ist ein ganz feines Projekt, gell, wir reden immer von GPS, gell, gell, das ist das Navigationssystem dieser US-amerikanischen Militärs, gell, weiss man nicht genau, gell, wie gut das ist, gell, und ob sie da mal sagen, ja, ja, heute schalten wir mal aus, gell, dürfen sie, gehört ja Ihnen, gehört nicht uns, gell, also haben die Europäer schon vor Jahrzehnten, gell, entschieden, man entwickelt ein europäisches Navigationsmodell, gell, also eine, ja, zur Positionierung, Navigation kann man daraus da machen, gell, also dieses Galileo, gell, das funktioniert eigentlich im Prinzip schon, man hat schon viele Satelliten dort, aber 2014 ist dort was passiert, man hat im Sommer 2014 zwei Satelliten hochgebracht, und man war dort beim Aussetzen so ein bisschen ungenau, gell, gell, also man hat sie hochgebracht, ausgesetzt, gell, und, naja, sie sind irgendwie auf die falsche Bahn gekommen, gell, ja, das war jetzt ein Problem, gell, also man, man hat es dann geschafft, sie wieder auf die richtige Bahn zu bringen, gell, da, aber, das hat Energie gekostet, gell, also diese, ja, Satelliten, die haben schon so ein bisschen Treibstoff mit, die können so ein bisschen, ja, ein bisschen Feuer machen dort oben, und so ein bisschen korrigieren, wo sie hinfliegen, gell, aber dieser Treibstoff wäre eigentlich nicht dafür gedacht, dass man sich am Anfang damit positionieren muss, gell, der wäre eigentlich dafür gedacht, dass man nach vielen Jahren des Betriebs dort oben, wenn es langsam wieder abwärts geht, vielleicht sich dort wieder halten kann, oder so, gell, also nicht am Anfang zum Positionieren, gell, also mit diesem Fehler hat man diesen Satelliten sicher Lebenszeit genommen, gell, weil nach da oben kann er nicht tanken, gell, kann man nicht einfach sagen, ja, bei der Weltraumtankstelle mal kurz vorbeischauen, gell, geht nicht, gell, okay, also diese beiden Satelliten werden also früher runterkommen, als uns liebisch, gell, ja, was war das Problem, gell, der Verdacht ist Softwarefehler, gell, also so ganz genau weiss man das jetzt nicht, gell, oder sagt man das nicht, gell, aber der Verdacht ist schon Softwarefehler, gell, also es soll eine russische Firma dabei sein, gell, jemand spricht auch von Sabotage, gell, aber das wollen wir mal nicht annehmen, gell, aber dass es ein Softwarefehler ist, das könnte sehr plausibel sein, gell, also irgendjemand hat da beim Programmieren etwas so nicht ganz genau genommen, und schon ist es passiert, gell, kann Programmierfehler sein, kann ein Fehler in der Entwicklung der Software sein, also auch der Architekt der Software hätte den Fehler vielleicht machen können, gell, oder vor, ja, nicht lange ist es her, 2018, 2019, da sind zwei Typen gleiche Boeings heruntergekommen, also die Boeing 737 Max, gell, also irgendwo die siebte, achte Generation, dieser Boeing 737, gell, also der Boeing 737, berühmtes Flugzeug, gell, der Boeing, und, ja, und innerhalb von wenigen Monaten sind zwei abgestürzt, gell, und man hat das, man hat sich das nicht richtig erklären können, gell, hat das Ganze dann, ja, zuerst mal hat man diese Boeing 737 Max alle angehalten, gell, also durfte nicht mehr fliegen, und dann ist es schon langsam rausgekommen, gell, da hat es bei der Projektierung des Flugzeugs ein Problem gegeben, und zwar hat man da eben die Triebwerke anders angebracht, und das Flugzeug ist weniger stabil gewesen als die Vorgänger, gell, und, ja, man wollte das dann irgendwie softwaretechnisch ausgleichen, und, naja, das war eher so schwierig, und, ja, da hat es eben dann zweimal gekracht, gell, und das ist eben nicht gut, gell, also, wenn wir so wollen, diese Abstürze gehen auch auf Software zurück, gell, man kann auch sagen, es war ein Projektierungsfehler des Projekts selbst, gell, wäre diese Boeing 737 Max stabil gewesen, dann hätte es die Software zur Stabilisierung überhaupt nicht gebraucht, gell, aber nachdem es die Software gebraucht hat, man hat sie eingesetzt, aber die Software hat also das nicht richtig gemacht, gell, ein anderes Beispiel, auch Boeing 767, vor fast 30 Jahren, gell, das war ein Absturz einer Maschine der Lauda Air, gell, also Niki Lauda, der österreichische Rennfahrer, gell, der hat ja auch da Fluggesellschaften betrieben, und seine Lauda Air war die, die er am längsten betrieben hat, gell, und 1991 ist zum Absturz über Thailand gekommen, gell, also da waren auch Südtiroler mit an Bord, gell, und das hat man dann untersucht, und man hat, ja, herausgefunden, was der Grund war, da hat sich beim Flug die Schubumkehr aktiviert, gell, also die Schubumkehr, gell, naja, die brauchen wir, und beim Landen, ja, diese grosse Maschine eben, ja, zu bremsen, gell, und, naja, das was beim Landen gut ist, das ist in der Luft nicht gut, gell, und die Schubumkehr hat sich dann oben aktiviert, und, naja, also warum das Ganze so ist, gell, also Leute haben auch von Softwarefehlern gesprochen, gell, also auf jeden Fall hätte das ja nie, nie und nimmer passieren dürfen, gell, also wenn da oben ein Triebwerk die Schubumkehr auslöst, gell, dann ist es vorbei, gell, ja, den Vogel hat es zerriessen, gell, und es waren alle tot dann, gell, also das ist, ja, also das sind, also, bei der Boeing beidesmal ganz tragische Fehler gewesen, gell, das ist nicht irgendwo eine Tragik, die zufällig passiert ist, sondern hier waren Projektierungsfehler dabei, gell, und das ist natürlich auch ein Problem, gell, ja, anderes Beispiel, Hartz IV in Deutschland, gell, also diese, ja, Unterstützung der Arbeitslosen, gell, die so vor etwas mehr als 15 Jahren, 16, 17 Jahren so eingeführt wurde, gell, das hat sich verspätet, und der Grund der Verspätung war, dass die Software für diese Agenturen für Arbeit, die ist nicht termingerecht fertig geworden, gell, ja, stellt sich auch vor, ihr macht so Software, Hartz IV, gell, also, ja, der Bund in Deutschland ist Auftraggeber und ihr werdet nicht fertig, gell, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, gell, ja, ganze Hartz IV-Geschichte, gell, da hat man in Deutschland zu der Zeit so 5 Millionen oder so Arbeitslose gehabt und das war eine grosse Geschichte und dann wird es nicht fertig, gell, also nicht gut, gell, nein, nein, nicht gut, gell, gell, ja, und, ähm, ja, gell, und wenn da alles teurer wird, gell, das ist schmerzhaft, wenn es nicht fertig wird oder Fehler hat, das wird schmerzhaft, gell, gell, ein anderes Beispiel, fügen wir es noch da ein, gell, äh, es gibt ja von Tesla, gell, da gibt es so Unterstützungssysteme für den Fahrer, gell, so Fahrunterstützung, gell, Autopilot nennt er sich, gell, also der Autopilot, gell, also das ist schon, das klingt schon mal so, gell, aber gar so Auto, naja, ist der nicht immer, gell, und dann hat der Autopilot das erste Todesopfer gefordert, gell, also der hat einen LKW gesehen, gell, auf dem LKW, da war ein Bild da oben, gell, also das Bild, das war so, ja, wie eine Brücke oder ein Träger oder irgendetwas, gell, also hat der Autopilot die Bilderkennung dort entschieden, ah, das ist eine Brücke, unter der Brücke kann ich durchfahren, gell, war aber keine Brücke, das war ein LKW, gell, ja, also es war das erste Todesopfer des Autopiloten, gell, wer ist denn schuld, ja, der LKW, der LKW hat die Brücke drauf gehabt, da war ja keine Brücke drauf zu heichnen, gell, gell, ja, oder doch die Software, gell, also es ist ein Softwarepilot, gell, und da haben wir wieder ein Todesopfer gehabt, und das ist schon, ja, ist tragisch, auf jeden Fall, ja, diese Softwareentwicklung und die Modelle, die es dabei gibt und wie man das macht und welche Bedeutung sie haben, da werden wir heuer eine kleine Einführung machen, aber das wird euch dann vor allem in der vierten Klasse verfolgen, gell, so, Instrumente, was brauchen wir alles für TB, wir werden heuer vor allem als Programmiersprache C einsetzen, gell, C ist eine Programmiersprache, die wir in der Automatisierung treffen, gell, ist aber auch die Programmiersprache der Betriebssysteme, gell, und wenn wir hier diese, ja, die Betriebssysteme betrachten und die Programmierschnittstelle dazu, dann sind das Schnittstellen in C, gell, und dieses C wollen wir uns anschauen, gell, so, dann, was brauchen wir noch, wir brauchen eine Arbeitsumgebung, gell, und als Arbeitsumgebung, dort verwenden wir ein GNU Linux, gell, also das GNU Linux, das haben wir in unserem Labor installiert, gell, das können wir uns auch zu Hause auf einem alten PC zum Beispiel installieren, gell, oder auf einer virtuellen Maschine, gell, also eine, ja, nicht existierende Maschine in Software, und in der Maschine können wir dann unser GNU Linux installieren und betreiben, gell, ja, wir brauchen auch ein Heft, gell, oder einen Abschnitt in der Ringmappe, gell, wo wir dann unsere Mitschrift haben, weil das grosse Problem ist, dass wir kein Buch haben, gell, also es gibt kein Schulbuch für DB, gell, zumindest nicht auf Deutsch, gell, also wir könnten ein italienisches Schulbuch einsetzen, gell, gell, aber in Südtirol, gell, da gibt es eben deutsche Schule und italienische Schule, und das, ja, ich habe euch nicht so gern gesehen, weil man da so italienisches Material dann einsetzt, gell, also haben wir kein Schulbuch, und deshalb, umso wichtiger ist es, dass wir ein Heft führen, gell, oder eben einen Abschnitt in der Ringmappe haben, wo wir dann unsere Inhalte haben, gell, also es gibt auch jemand, der hat schon am Tablet oder am Laptop mitgeschrieben, und das funktioniert auch, gell, aber, naja, ein Heft für 1,50 Euro, gell, das funktioniert genauso gut zum Lernen, gell, oder auch vielleicht besser als auf einem Tablet oder auf einem Laptop, gell, ja, das war es als Einführung, Vorstellung von DB, gell, als nächstes werden wir dann auch über das Labor sprechen und was wir dort alles dürfen oder nicht dürfen.